Hallo, liebe Freunde. Heute werden wir uns das Tagebuch des deutschen Soldaten Helmut Orschied ansehen, einem Veteranen des Afrika-Korps, der von bis an der Nordafrika-Front teilnahm. Wir haben noch nicht unsere Aufmerksamkeit auf dieses Kriegstheater gerichtet. Und ich dachte, dass dies dringend korrigiert werden muss, da dies ein sehr interessantes Thema ist. Die Soldaten der gegnerischen Seiten mussten sich nicht nur gegenseitig, sondern auch mit der Natur selbst auseinandersetzen. Vergessen Sie nicht, das Video zu bewerten und auch unten Ihre Meinung zu hinterlassen. Und los geht's. Ausbildung der deutschen Truppen Sommer. In der Klasse des Realgymnasiums in waren wir Jahre alt, besorgt, dass wir siegreich sein würden. Die meisten von uns gingen zum örtlichen Rekrutierungsbüro und meldeten sich freiwillig. Damals war dies eine Ehrensache. Mein Vater wollte, dass ich wie er Offizier in der werde. Bevor ich mich der anschloss, musste ich mehrere Tage lang eine Prüfung auf körperliche und geistige Fitness ablegen. Oktober. Der Tag des Eintritts in die war gekommen. Ich wurde zum Reservebataillon des Artillerieregiments in Cambrai-Kaserne eingezogen. Ich erhielt mein Abitur aufgrund bestehender Bewertungen. Das Grundtraining begann und es war hart, besonders unter der Aufsicht von erfahrenen Unteroffizieren, die selbst eine harte Ausbildung in der absolviert hatten. Unser Hauptausbilder war Feldwebel Maurus. Ein kleiner Mann, Bayer, rücksichtslos und mit einer Stimme wie die Trompeten von Jericho. Er drillte uns, wie man geht, steht, in Reihe marschiert, das Gewehr, Karabiner K. handhabt und andere Dinge, um ein Soldat zu werden. November. Versetzung nach, wo das stationiert war. Weiterbildung auf dem neuen LFH, MM, Leichtfeldhaubitze. Das Regiment war immer noch Pferde gezogen und befand sich in einem Übergang zur Motorisierung, der hat die Kanonen erhielten Hartgummireifen. Halbkettenzugwagen kamen an und Soldaten wurden im Umgang mit der neuen Ausrüstung ausgebildet. Das Training war eher auf den Umgang mit der Ausrüstung ausgerichtet. Unser Hauptausbilder war Stabsfeldwebel Wengermeier, ebenfalls Bayer, groß, schlank, hart. Wir respektierten ihn. Januar. Versetzung zum Bataillon in. Ich war Neuankömmling in einer erfahrenen Truppe, die bereits am Teil genommen hatte. Ich traf neue Kameraden, einige nette Männer, mit denen ich bis zu ihrem Tod vor einigen Jahren in Kontakt war. Februar. Das Gesamte zog ins. Wir setzten das Training mit und fort und schossen mit scharfer Munition, verbesserten unser Wissen über schnelle Positionswechsel und wie man direkt auffeuert. Was für eine Erfahrung, eine Artillerie abzufeuern. Ich lernte, Auto und leichten Lastwagen zu fahren. Dies war besonders angenehm, da wir oft vom Auf und Auf der wie auf einem Ausflug unterwegs waren. Deutsche Truppen in April. Plötzlich wurden wir informiert, dass unsere nächste Reise nachgehen würde. In aller Eile erhielt die gesamte Ausrüstung eine Tarnung in beige. Unsere grauen Uniformen wurden gegen Tropisches ausgetauscht. Wir wurden auf körperliche Fitness untersucht. Innerhalb von weniger als zwei Wochen war das Regiment bereit zu gehen. Die Ausrüstung wurde auf Plattformwagen geladen und wir rollten südwärts durch Deutschland und Italien, bis wir in Neapel ankamen. Nach dem kalten April genossen wir die Wärme des italienischen Frühlings. Während unserer gesamten Zugfahrt wurden wir begrüßt und als wir an einer Station hielten, kamen Italiener mit Wein und Orangen und wünschten uns Glück. Unsere Quartiere in Neapel befanden sich in der Vorstadt von Bagnioli. Abgesehen vom Drill an unseren Kanonen erkundeten wir die Gegend, Pompeji, den Vesuv, Herkulanium, Sorrent, die blaue Grotte US-Viosweit. Das schöne Leben war bald vorbei. Mai 1941. Während der ersten Woche begannen wir, Ausrüstung an Bord des Handelsschiffs Ernesto zu laden und segelten am 8. Mai um Sizilien herum, vorbei an der kleinen Insel Pantelleria. Mein 18. Geburtstag war am 9. Mai. Nach drei Tagen kamen wir sicher in Tripolis an, ohne von Torpedos getroffen oder von Flugzeugen bombardiert und beschossen worden zu sein. Der Konvoi wurde sofort entladen. Während der ersten halben Stunde an Land taumelten wir wie Seeleute herum. Wir fuhren so schnell wie möglich aus dem Hafen und steuerten das Lager auf Kilometer Nummer 5 an. Dort waren noch andere Truppen der 15. Panzerdivision. Nach und nach zogen sie aus und reisten nach Osten an die Front. Unsere 2. und 3. Bataillone waren bereits nach Tobruk gezogen. Nach einigen Tagen im Lager Kilometer Nummer 5, um sich an das heiße libysche Klima zu gewöhnen, kamen Befehle, Stellung an der ägyptischen Grenze zu beziehen. Die Fahrt auf der Via Balbia westlich von Tobruk und von dort auf dem staubigen Umfahrungsweg östlich von Tobruk zurück auf der Via Balbia nach Ridota Capuzzo dauerte etwa eine Woche. Wir nahmen Position nahe Punkt 206 ein, etwa 5 Kilometer südlich von Capuzzo, direkt am Stacheldrahtzaun, der die ägyptische Grenze bildete. Das Eingraben war aufgrund des absolut steinigen Untergrunds unmöglich. Wir mussten Steinmauern zum eventuellen Schutz vor Granatsplittern errichten. Eine italienische Batterie war bereits in Position zu unserer Rechten. Nette Jungs. Es war ruhig. Die Briten waren weit weg, außerhalb unserer Schussweite, und wir waren außerhalb ihrer. Zufällig traf ich meinen alten Schulkameraden Fritz Heige, Mitglied des MG-Bataillons 115, und besuchte ihn in seiner Position etwa ein Kilometer vorwärts, ohne zu ahnen, dass dies das letzte Mal war, dass ich ihn sah. Er wurde am 2. Dezember 1941 in der Nähe von Bardia im Kampf getötet. Juni 1941 Bei Sonnenaufgang am 15. Juni nach einer kalten Nacht wurde ich durch das schreiende Geräusch und die Explosionen von Artilleriegranaten vor unserer Position geweckt. Ich hatte Angst. Das erste Mal erlebte ich Beschuss. Die ganze Batterie machte sich bereit, als der Beschuss weiterging. Befehle wurden gerufen. Das ruhige Leben an der ägyptischen Grenze war vorbei. Die Tommy griffen unsere Stellungen an, obwohl wir sie überhaupt nicht sahen. Unsere Kanone erhielt den Befehl, sich zurückzuziehen und sich einer anderen Batterie, einer Panzerkompanie und einer Batterie von 88 MMR-Flag sowie einigen Infanteristen anzuschließen. Unser Abschleppwagen kam und wir schlossen an. Wir fuhren zuerst nach Westen und dann nach Süden und hatten während des Tages, immer in Bewegung, mehrere Kontakte mit britischen Panzern, hauptsächlich Crusaders MK-Fahrten. Ihre Versuche, unsere Verteidigungslinien zu durchbrechen, waren nicht erfolgreich. Unsere Panzer und die 88 MMR-Flag trafen viele von ihnen und am Nachmittag war die Wüste voller Rauch von brennenden Panzern und anderen Fahrzeugen. Ich sah die ersten toten Soldaten, sowohl deutsche als auch britische. Wir ruhten uns in der Nacht aus und kämpften am nächsten Tag weiter, wieder viel in Bewegung wie in einer Seeschlacht. Bei einem weiteren Angriff, als wir unsere Kanone abfeuerten, wurde ich herumgeschleudert und mit meinem rechten Bein gegen die linke Strebe des Wagenkastens der Kanone geschlagen. Mein Bein schwoll an und das Gehen war schmerzhaft, aber ich wollte unser Team nicht verlassen. Die Verletzung verbesserte sich nach mehreren Stunden. Bei einem weiteren Angriff britischer Panzer traf eine Panzergranate die Achse unserer Kanone und verletzte unseren ersten Kanonier, gefreiten Ludwig Selig. Nachdem er verbunden war, blieb auch er beim Team. Der Schaden an der Kanone war nicht sehr schwerwiegend und wir konnten uns noch bewegen. Wir litten sehr unter Durst, Hitze und Schmutz, überall vom Staub, ohne Möglichkeit uns zu waschen. Am dritten Tag war der Kampf vorbei und die Tommy hatten sich auf ihre Ausgangspositionen zurückgezogen. Wir nannten dies die Schlacht von Solum, die Briten nannten es Operation Battle Axe. Ihr Ziel war es, die Belagerung von Tobruk zu brechen, aber ihre Bemühungen scheiterten mit dem Verlust von fast 100 Panzern. Aber auch die Einheiten des Afrika-Korps mussten ihre Wunden lecken. Ich hatte keine Ahnung, wo wir herumgefahren waren, außer dass ich spürte, dass wir bei unserem Gegenangriff nach Süden und Osten gefahren waren. Dann kehrten wir nach Badia zurück und ruten uns aus, ohne unsere frühere Position an der ägyptischen Grenze einzunehmen. Wir warteten und reparierten unsere Ausrüstung, wuschen unsere Uniformen, schwammen in der Bucht von Badia, reparierten die Viabalbia, halfen beim Bergen von Gütern aus einem halbgesunkenen britischen Frachter an der Felsenküste westlich von Badia. Wir brauchten Seile, um die Klippen hinunter zu klettern und schwammen zum Schiff. Die geborgenen Waren wurden zu Flößen zusammengebunden und dann ans Ufer gezogen und die Klippe hinaufgezogen. Wir bagen Konservenfrüchte, Kartoffeln, Speck, Butter, Würste, Fleisch, Milchpulver, Kekse, Tabak, Zigaretten und vieles mehr. All diese Waren halfen, unsere harten Lebensbedingungen in der Sommerhitze der Wüste zu verbessern. Juni 1941 Wir wurden informiert, dass die deutsche Armee begonnen hatte, die Sowjetunion anzugreifen. Wir konnten nicht viel sagen, aber wir schauten uns in die Augen und entdeckten unsere Gedanken. Einige der älteren Soldaten sagten, es sei an der Zeit, von hier wegzukommen. Einige andere fragten sich, wie man dieses Engagement hier beenden könne. Man musste sowieso vorsichtig mit Bemerkungen sein. Dann plötzlich verwandelte sich der immer präsente Wind in einen Sturm und eine Wand aus Sand näherte sich von Süden. Ghibli, der gefürchtete Sandsturm, legte jede Aktivität für drei Tage lahm. Überall Sand und Staub, sogar in den Armbanduhren. Wir wickelten unsere Köpfe in Kleidung und legten uns hin. Es konnte nichts anderes getan werden, um zu überleben. Wir konnten kaum essen, immer auf Sand beißend. Dann war es so plötzlich vorbei, wie es gekommen war. Das Leben in der Wüste war hart. Bevor wir nach Nordafrika aufbrachen, erinnere ich mich nicht daran, dass uns etwas über die Bedingungen und den Umgang mit dem unterschiedlichen Klima gesagt wurde. Aber wir lernten sehr schnell. Am meisten belastend war der Mangel an Trinkwasser. Derna war der einzige Ort, um gutes Wasser zu bekommen. Aber dafür mussten die Versorgungsdrucks eine dreitägige Reise um Tobruk herum auf diesem berüchtigten Staubweg machen und zurück. Und es gab immer einen Mangel an Benzin. Wasserbrunnen zwischen Tobruk und der Grenze waren wenige. Die Zugänglichen waren beschädigt oder wurden vom Feind verunreinigt. Wie dem auch sei, das Wasser, das wir die meiste Zeit bekamen, war irgendwie schmutzig und schmeckte nach Salz. Haben Sie jemals Kaffee oder Tee aus salzigem Wasser getrunken? Abgesehen von der minderwertigen Qualität war Wasser extrem knapp. Wasserreinigungsanlagen waren nicht verfügbar. Mit unserer persönlichen Ausrüstung hatten wir kleine Waschbecken aus Leinwand, die sehr dazu beitrugen, Wasser zu sparen. Dann unsere ziemlich langweilige Ernährung. Getrocknete Gemüsesuppe, AM Equalsign, Administratione Militare, Equalsign Dosenfleisch. Wir nannten es alter Mann, Equalsign Old Man. Dosensardinen, harter Käse, ADA-Tubenkäse, weicher Käse, Knäckebrot, dünnes getrocknetes Roggenbrot, haltbares dunkles Brot, Wittler-Dauerbrot. Gelegentlich erbeutete britische Lebensmittel, die wir für eine Delikatesse hielten. Wir litten sehr unter Fliegen. Sie waren überall. Wir trugen Fliegennetze um unseren Kopf, um eine dauerhafte Belästigung zu verhindern. Die persönliche Hygiene war ein weiteres Problem. Waschen, Zähneputzen und Rasieren vielleicht drei bis vier Mal pro Woche. Primitive Latrinen, Donnerbalken, wurden nur gebaut, wenn wir längere Zeit an einem Ort blieben. Ansonsten ging man mit einem Spaten oder einer Schaufel einige Entfernung weg und grub seine Exkremente ein. Wir nannten es Spatengang equals sign Spatenweg. Es war eine strikte Anordnung, es auf diese Weise zu tun. Leider kümmerten sich die Italiener weniger darum. Die gleiche Anweisung galt für weggeworfene Lebensmitteldosen oder Verpackungen. Wir litten auch unter der Hitze. Während der Sommermonate lagen die Mittagstemperaturen zwischen 40 und 45 Grad. Nachts sank die Temperatur fast auf Null. Aber tagsüber gab es immer eine Brise und fast keine Luftfeuchtigkeit. Das machte die Hitze erträglich. Um etwas Schatten zu finden, krochen wir unter Fahrzeuge oder unter die Streben des Geschützgestells. Die Tropenhelme, mit denen wir ausgestattet waren, waren schnell abgenutzt, aber wir bevorzugten sowieso die Schirmmütze. Unsere kakifarbenen Uniformen aus Baumwollstoff waren durchaus angemessen, aber im Sommer trugen wir normalerweise nur Hemd und kurze Hosen. Gegen Sonnenbrand bekamen wir eine milchige Flüssigkeit namens Chambafi, die selbst für die hellhäutigen Soldaten ausgezeichneten Hautschutz bot. Ich hatte selbst nie einen Sonnenbrand, weil meine Haut leicht braun wurde. Juli-August-September 1941 Am 26. Juli erhielt ich meinen Rückversandbefehl nach Deutschland für weitere Ausbildung an der Artillerieschule Jüterburg, 80 km südlich von Berlin, zusammen mit mehreren anderen Kameraden aus unserem Regiment. Wir packten unsere Sachen und machten uns am nächsten Tag auf den Weg zurück, per Anhalter nach Derna, das letzte Mal auf dem staubigen Weg um Tobruk herum. In Derna nahmen wir ein Transportflugzeug Jou, 52, und flogen über Benghazi und Tripolis nach Catania, Sizilien. Nach einer Pause dort und Reinigung setzten wir unsere Reise mit dem Zug nach Neapel fort. Wieder mehrere Tage Aufenthalt mit Gesundheitsuntersuchung, Besichtigungen und Herumhängen. Dann mit dem Zug nach Deutschland. Unsere Reise endete in Homburg, Saar. Unser Reservebataillon war inzwischen dorthin verlegt worden. Wir alle bekamen zwei Wochen Urlaub, den ich zu Hause verbrachte und stolz meine verblasste Afrika-Uniform trug. Ich war ziemlich dünn geworden und meine liebe Mutter tat alles, um mich mit gutem, hausgemachtem Essen zu verwöhnen. Ich genoss es wie nie zuvor. Mein Vater, mittlerweile zum Major befördert, und mein Bruder, der immer noch zur Highschool ging, waren auch dort. Nach dem Urlaub wurde ich damit beauftragt, eine Fahrschule zu besuchen und Reiten in einer Kaserne in Niederlandstein am Rhein zu lernen. Ich lernte, schwere Lastwagen zu fahren und genoss die Pferde, fragte mich aber auch, wofür? Was haben Sie vor? Ich bin Mitglied einer motorisierten Truppe. Es hat trotzdem Spaß gemacht. September 1941 bis Juni 1942. 26. Ausbildungskurs an der Artillerieschule Jüterbock. Natürlich wechselten wir zu feldgrauen Uniformen. Wir lernten alle Tricks des anspruchsvollen Artillerieschießens. An den Wochenenden fuhren wir oft nach Berlin und kamen am Anhalter Bahnhof an. Existiert nicht mehr. Wir hatten ein schönes Hotel, sahen Filme, gingen zu Shows, Opern und Theatern. Ich besuchte auch meinen Vater, der in ein Regiment in Russland versetzt worden war, aber nach drei oder vier Wochen sehr krank wurde, Lungenentzündung und zur Behandlung nach Berlin zurückgeflogen wurde. Ich verließ die Artillerieschule mit dem Rang eines Fahnenjunker-Wachtmeisters und wurde zurück zum Reservebataillon geschickt. Am Tag vor dem Wechsel der Uniform und Ausrüstung zur Tropenkleidung erkrankte ich an Scharlach. Acht Wochen Quarantäne im Krankenhaus. Im Radio hörte ich von den Dakar-Angriffen in Nordafrika und dem erfolgreichen Vormarsch nach Ägypten und der Eroberung von Tobruk. Ich beneidete meine Kameraden, die es nach Afrika geschafft hatten, ohne Scharlach zu bekommen. Schließlich, nach zwei Wochen Rehabilitationsurlaub und einigen weiteren organisatorischen Verzögerungen, trat ich die Reise mit dem Zug nach München und von dort mit einem anderen Truppentransportzug nach Athen, Griechenland, an. Juli bis Oktober 1942 Nachdem ich im Sommer in Athen in der Hitze angekommen war, flog ich nach Tagen vom Flughafen Tator nach Heraklion, Kreta und nach einem Zwischenstopp von Tagen nach El Adem, dem Flughafen südlich von Tobruk, als Heckenschütze. Wir flogen nur wenige Meter über dem Wasser in einem Konvoi von etwa Flugzeugen und ich hatte mich freiwillig gemeldet, das Heck-MG zu bedienen, um mich im Falle eines feindlichen Luftangriffs verteidigen zu können, anstatt hilflos in der Kabine zu sitzen. Aber wir überquerten sicher. Nach der Landung in El Adem wurden wir schnell herausgeholt und weggebracht. Minuten später bombardierte eine britische Bomberstaffel den Flugplatz, aber in der Zwischenzeit waren die Jus bereits auf dem Rückweg nach Kreta. Es gab keine Zeit zu verlieren. Ich fand einen Lastwagen, der nach Osten zur Front fuhr, und wir fuhren los, während wir zuerst zum Hafen von Tobruk fuhren, um Vorräte aufzunehmen. Unglaublich. Ich war in Tobruk. Alles war durcheinander. Nur zerstörte Gebäude und der Hafen voller gesunkener Schiffe. Aber die Depots waren voll mit Tommy-Material. Zwei Tage später wurde ich an der Versorgungseinheit unseres Regiments in der Nähe von El Daba abgesetzt. Ich traf einige alte Kameraden, die mich zum Essen einluden. Was für eine Veränderung zu! Alle hatten britische Ausrüstung, wie Primus Benzinkocher, Pfannen, Essen und saßen in den Dünen, um etwas Exotisches zu kochen. Sie trugen auch britische Hemden, Shorts, Stiefel und Unterwäsche. Ich bemerkte auch die große Anzahl von erbeuteten britischen Fahrzeugen jetzt mit unseren Symbolen. Die Beute in Tobruk muss enorm gewesen sein. Unser Vergnügen wurde jedoch durch einen britischen Jäger getrübt, der unser Gebiet mit Maschinengewehrfeuer bestrafte. Einer von uns wurde in die Ferse getroffen und unser Essen war voller Sand. Ich erfuhr von den anderen von der wachsenden Präsenz britischer Flugzeuge. Die allgemeine Situation war deutlich anders als zuvor. Am Nachmittag fuhren wir zu einem Gebäude in El Daba, das von den Briten als Bäckerei genutzt worden war. Dort lag ein Stapel frischen Brots und noch mehr davon befand sich in den noch heißen Öfen. Was für ein Unterschied zu unserem Brot. Es war weiß, frisch und wir aßen es wie Kuchen. Am nächsten Tag fuhr ich mit einem halben Tonnen LKW durch die Wüste zum mittleren Abschnitt der Front von El Alamein, um mich bei unserem Regimentshauptquartier El Ruweysat zu melden. Alle waren ziemlich aufgeregt und in großer Eile, denn die erste Schlacht von El Alamein war noch im Gange. Ich wurde schnell dazu eingeteilt, mich der TA-Batterie des ND-Bataillons unseres Regiments anzuschließen. Zurück vom Hauptquartier einige hundert Meter in einem Wadi traf ich Hajo Meichtel, der mich zum Kochen einlud, während ich auf den Transport zu meiner Batterie wartete. Auch dieses Essen wurde durch einen Flugzeugangriff von zwei motorigen Bombern ruiniert, die unser Wadi überquerten und ihre Bomben direkt hineinwarfen. Ich hatte kaum Zeit, in einen Schützengraben zu springen, um mich zu schützen. Jetzt begannen meine Sinne sich zu schärfen. Dies war ein weiterer Kampf im Vergleich zu 1941. Kurz nach diesem Bombenangriff fand ich Transportmittel zur fünften Batterie. Jetzt, was für eine Überraschung! Ich meldete mich bei unserem alten Feldwebel Josef Wengermeier, unserem Ausbildungsleiter aus Landau, der zum Oberleutnant 1. Klasse befördert worden war und unser Batteriechef war. Obwohl er jetzt selbst ein Offizier war, hatte ich das Gefühl, dass er Offiziersanwärter nicht besonders mochte. Ich wurde damit beauftragt, die Lastwagen für die Munitionsversorgung zu führen. Angesichts der wachsenden Luftüberlegenheit der Tommys und der Vorstellung von Lastwagen voller Artilleriemunition war dies ein ziemlich unangenehmes Gefühl. Trotzdem machte ich nicht viele Fahrten zwischen dem Munitionsdepot und der Batterieposition, weil meistens nichts zu transportieren war. Wir führten mehrere Positionswechsel durch und immer musste der vordere Teil der Lastwagen und auch andere Fahrzeuge zum Schutz vor Granatsplittern eingegraben werden. Das hat uns tatsächlich viel Material gespart. Gelegentlich begannen die Tommys wie verrückt auf uns zu schießen, einmal sogar die ganze Nacht hindurch. Wir hatten einige Tote und Verletzte und materielle Schäden erlitten. Es war schrecklich, in seinem Unterstand zu liegen und auf den direkten Treffer zu warten. Zu beten, zum Allmächtigen und an Zuhause zu denken half, den Geist etwas zu beruhigen und das Unvermeidliche zu erwarten, wenn es sein musste. Dies war Krieg, anders als wir dachten, als wir die unschuldigen Jugendlichen waren. Und es war die Zeit unserer Jugend, die wir draußen in der afrikanischen Wüste verbrachten, den unzureichend bewaffneten Italienern zu helfen, gegen die Tommys zu kämpfen. Wir taten es für unser Vaterland und unseren Führer, dachten wir. Wir lernten, dass die andere Seite genauso effizient, hartnäckig und gute Kämpfer waren, wie wir es waren. An einem Morgen im August fühlte ich mich elend und erbrach alles, was ich gegessen hatte. Ich meldete mich bei dem alten Wengermeier und er schickte mich zum Arzt, der nur in meine Augen schaute, feststellte, dass ich Gelbsucht, infektiöse Hepatitis hatte und mir sagte, dass ich ohne weitere Verzögerung ins Krankenhaus gehen sollte. Auf dem Rückweg zur Batterie packte ich meine Sachen und ein Krankenwagen brachte mich und mehrere andere zum Feldhospital in Derna. Ein langer Weg. Ich war mehr tot als lebendig, als ich dort ankam. Gegen Quittung musste jeder Patient seine Waffe abgeben. Ich sagte meinem guten, zuverlässigen spanischen Revolver eine S&V-Kopie Lebewohl, den ich sehr mochte und der mein persönliches Eigentum war. Übrigens habe ich ihn nicht zurückbekommen und musste mich damit zufrieden geben, dass ich bei meiner Entlassung eine 7,65 MMR-Pistole bekam. Die Behandlung war sehr gut und nach zwei Wochen fühlte ich mich viel besser und konnte wieder herumlaufen. Fast jeden zweiten Tag ging ich nach Derna und kaufte frisches Obst, besonders Tomaten, auf dem Markt. Diese halfen mir noch mehr, mich zu erholen. Abgesehen von Derna, Tripolis und Bengasi waren dies die einzigen Orte, an denen wir Kontakt mit Zivilisten hatten. Sie waren sehr freundlich. In der Wüste, wo die Kämpfe stattfanden, gab es keine. Ich hörte von der Schlacht von Alam el-Halfa, sechs Tage Rennen, wir nannten es so, und dem Scheitern und den schweren Verlusten. Einerseits bedauerte ich es nicht bei, meinen Kameraden zu sein, andererseits war ich froh, in Derna zu sein. Meine Blut- und Leberwerte verbesserten sich langsam und ich konnte das verlorene Gewicht wiedererlangen. Am Tag, bevor ich das Feldlazarett verließ, nahm ich an der Beerdigung von Flugkapitän Hans-Joachim Marseille teil, einem berühmten Jagdflieger, der nach einem fatalen Absprung aus seinem ME-109 Kampfflugzeug gestorben war. Die Rückreise an die Front von El Alamein erfolgte per Anhalter. Beim Trampen machte ich die Erfahrung, dass italienische Fahrer immer anhielten, um mich mitzunehmen, während deutsche Fahrer oft den erhobenen Daumen ignorierten. Die Italiener waren im Allgemeinen tapfere Soldaten und sehr gute Kameraden, aber viele ihrer Offiziere waren Weicheier. Sie hatten einen großen Nachteil. Ihre Waffen und Panzer waren schlechte Ausrüstung, insbesondere die Panzer waren rollende Särge. Zurück in der Position meiner Batterie meldete ich mich bei einem neuen Chef. Ich hörte, dass der alte Wengermeier nach Deutschland zurückgeschickt worden war, um weiteres Offizierstraining zu absolvieren. Ich wurde beauftragt, mich den fortgeschrittenen Artilleriebeobachtern anzuschließen. Ich war dort mit meinen Kameraden Sgt. Hans Weichter und Sgt. Horst Wagel und einem Leutnant, dessen Namen ich vergessen habe. Hinter dem Scherenteleskop, 24-fache Vergrößerung sitzend, konnte ich hinüberblicken und sehen, wie die Tommy eine starke Kraft an Panzern und Geschützen aufbauten. Die Bombardierung verschärfte sich und wir wussten, dass der Tag des britischen Angriffs nicht mehr weit war. Nach zwei bis drei Wochen wurde ich erneut damit beauftragt, die Munitionslastwagen zu befehligen. Die Bombardierung wurde jeden Tag härter. Minenfelder lagen hinter uns und wir konnten nur durch von unseren Ingenieuren geräumte Gassen Nachschub transportieren. Natürlich kannte die britische Artillerie diese Gassen und richtete ihre Geschütze darauf. Unregelmäßig schickten sie ein paar Granaten rüber. Es war also immer ein Glücksspiel, wann man diese Gassen benutzen sollte. Bei einer Gelegenheit war ich genau dort drin und wir sprangen in Deckung. Zwei unserer Männer wurden durch Granatsplitter verletzt. Am 23. Oktober 1942. Die Front war ziemlich ruhig, abgesehen von einigen Luftaktivitäten des Feindes. Mit mehreren Kameraden saß ich bei Kerzenlicht unter der Plane eines dreivierteltonnenschweren Lastwagens und spielte Karten. Gegen zehn Uhr abends beendeten wir den Tag und begannen, uns in unsere Unterstände und Zelte durch die mondbeleuchtete Wüste zurückzuziehen. Auf halbem Weg zu meinem Zelt, das ich mit meinem Fahrer gefreiter Heimann teilte, erleuchtete der östliche Horizont plötzlich wie Blitze eines riesigen Gewitters. Und Sekunden später hörte ich den Donner des Artilleriefeuers. Ich wusste sofort. Das ist der Beginn des britischen Angriffs und die Freisetzung der Massen von Panzern und Artillerie, die ich von meinem vorgelagerten Posten als Artilleriebeobachter ausbeobachtet hatte. Das Feuer erreichte uns nicht, weil es gegen die großen Minenfelder gerichtet war, die zur Verteidigung gebaut worden waren. Nach einer Weile, vielleicht einer halben Stunde, ließ das ununterbrochene Dröhnen nach und wir hörten sporadische Schüsse in der Ferne. Südöstlich unserer Position dasselbe Bild. In den nächsten Tagen mussten wir während dieser Schlacht mehrmals die Position Wechseln, die hin und her bewegt wurde, aber hauptsächlich zugunsten der Briten. Die Bombardierung war ziemlich heftig. Beim Umzug hatten wir eine bestimmte Strategie entwickelt, um Bombenteppichen auszuweichen, indem wir die Manöver der Bomberstaffeln genau beobachteten und den Moment, in dem sie Bomben abwarfen, festhielten. Mit laufenden Motoren fuhren wir mit Vollgas in einem Winkel von 90 Grad von dem erwarteten Bombenteppich weg und normalerweise schafften wir es, einen sicheren Abstand zu erreichen. Es war immer ein Glücksspiel, aber es funktionierte und rettete uns Verluste an Menschenleben und Material. Als die Briten einen von uns gehaltenen Grad angriffen, gerieten wir erneut unter schweres Artilleriefeuer, dem wir mit den wenigen verfügbaren Granaten begegneten. Wir mussten uns zurückziehen und eine andere Position in Richtung Rückseite einnehmen. Einer unserer Haubitzen musste zurückgelassen werden, weil sein Halbkettenfahrzeug beschädigt war. Mein Lastwagen, ein starker kanadischer Chevrolet, komplett aus Stahl, beladen mit Munition, erhielt den Befehl, diese Waffe zu bergen. Sie stand in einer flachen Senke, vielleicht einen Kilometer entfernt. Obwohl das Gebiet von feindlichem Feuer bedeckt war, holten wir sie schnell heraus, ohne dass es Verluste gab. Dann musste ich mit zwei Lastwagen losfahren, um Munition zu holen. Auf dem Weg zum Depot kollidierte mein Lastwagen mit einem selbstfahrenden Panzerabwehrgeschütz und änderte seine Position. Die Hinterachse wurde getroffen und die Blattfedern verbogen. Da ich wusste, wo sich die Instandhaltungsfirma befand, fuhren wir dorthin, während der andere Lastwagen zum Munitionsdepot fuhr. Sie hatten eine Ersatzfeder und eine Führungsstange und mit ihrer Hilfe tauschten wir sie aus. Später im Munitionsdepot luden wir, was wir finden konnten, aber es war nicht viel übrig. Ich versuchte, meine Batterie zu finden und als ich herumfuhr, wurde ich von einem Offizier angehalten und zum Rückzug aufgefordert. Er sagte, wir müssten zurückgehen, die Verteidigungslinie könne nicht mehr gehalten werden und sollte mich an einem Kontrollpunkt in der Nähe von Tobruk melden. Als wir dort ankamen, war dieser Kontrollpunkt jedoch bereits nach Benghazi verlegt worden. Der Rückzug in den ersten Tagen verlief ziemlich schnell, weil die Briten uns immer im Nacken saßen. Mit zunehmender Länge ihrer Versorgungslinien verlangsamte sich jedoch ihr Schwung. Unser Problem war immer, wie wir an Benzin kommen. Ich erinnere mich nicht daran, wie, aber mein Fahrer Heimann hat immer genug organisiert, um uns am Laufen zu halten. Am Checkpoint Benghazi erhielt ich den Befehl, mich der Ballerstedt-Gruppe in Burath anzuschließen. Dort bauten wir die Burath-Linie, Minenfelder, Schützengräben, Stacheldraht, Unterstände, Geschützstellungen. Diese Verteidigungslinie erstreckte sich etwa 20 km südlich in die Wüste. Es half jedoch nicht, denn die Hauptstreitmacht der britischen 8. Armee zog im Süden vorbei und konnte unsere Truppen leicht abschneiden. Unsere Bemühungen waren nutzlos. Weihnachten 1942 war da und wir saßen in der Wüste. Trotz des Chaos, das mit einer zurückweichenden Armee verbunden war, hatte uns die Versorgung erreicht und uns Wein, etwas Schokolade, frisches Brot und andere Leckereien gebracht, die wir seit Monaten nicht mehr gesehen hatten. Die Temperaturen waren mild, etwa 20 bis 25 Grad. In der Zwischenzeit waren die Amerikaner in Marokko gelandet. Wir wussten, dass dies das Ende sein würde und nur eine Frage der Zeit. Januar bis März 1943. Nach einer kurzen Pause setzten wir unseren Weg Richtung Tripolis fort und passierten die Oase Beni-Ulit in sehr hügeligem und felsigem Gelände. Als wir die Hügel hinunter kamen, traf ich meinen alten Kameraden Leutnant Hans Mayer, der im Stab unseres Bataillons war. Nach einem kurzen Gespräch sagte er mir die Richtung nach Azizia, einer kleinen Stadt südlich von Tripolis und dass unsere Division sich mit frischen Truppen, die überstürzt von Sizilien herübergebracht wurden, vereinen würde. Auf meiner Reise zwischen Buerat und Beni-Ulit wurde ich an meinem rechten Zeigefinger verwundet. Es war infiziert und tat schrecklich weh. In der Nähe von Beni-Ulit fand ich endlich einen Arzt. Er schnitt einen Schlitz in meinen Finger, legte ein neues Verband an und ließ mich gehen. Nach Azizia, wo wir mehrere Tage verbrachten, gut getarnt unter Bäumen, bewegten wir uns in Richtung Tripolis und weiter nach Westen in Richtung Tunesien. Ich glaube, wir überquerten die Grenze die Grenze zu Tunesien um den 15. Januar 1943 herum. Die Zeit verging mit Instandhaltung, Reorganisation und dem Problem mit meinem Finger, der nicht heilen wollte. Was für eine Landschaftsveränderung! Wir dachten, wir seien im Paradies angekommen, aus der fast vegetationsfreien Wüste in Dattelpalmhaine, kleine Wasserbäche, Zivilisten, Häuser, Tiere, zurück zur Zivilisation. Wir hörten den Muezzin zum Gebet rufen, aßen frische Datteln, hatten gutes Wasser, Schatten. Die Marettlinie wurde zur Verteidigung bereit gemacht. Auf einer Mission nach Susse wurden meine Versorgungslastwagen von Flugzeugen angegriffen. Wir sahen sie früh genug kommen, um in Deckung zu springen. Lustige Flugzeuge dachten wir, zweirümpfig und ziemlich wendig, wir hatten so etwas noch nie gesehen. Es müssen amerikanische Lightnings gewesen sein. Ein Lastwagen wurde getroffen und wir mussten ihn zurücklassen. Als diese Lightnings wegflogen, dachten wir, wir seien sicher. Aber wir wurden überrascht, von hinten aus der Kuppel Maschinen gewehrt zu werden. Da war ein anderer Schütze. Trotz häufiger Arzt- oder Sanitätsbesuche heilte mein Finger nicht und eines Tages begann mein rechter Oberschenkel zu Schmerzen, was von Tag zu Tag schlimmer wurde. Ich musste ins Krankenhaus, weil das Gehen fast unmöglich war. Ich erinnerte mich an die Schlacht von Solum im Juni 1941, als ich gegen den Lafette des Geschützes gestoßen war. Im Krankenhaus von Sousse wurde mein Bein geröntgt und eine Schwellung am Knochen entdeckt, aber sie wagten es nicht zu operieren, wegen einer unsicheren Diagnose. Mein Bein wurde in Schienen gelegt, ich war unbeweglich und litt unter Schmerzen. Bald darauf wurde mir gesagt, dass ich evakuiert werden sollte und zwei Tage später wurde ich nach SFX transportiert, dann am folgenden Tag, immer noch in Schienen und auf einer Trage liegend, auf einem im Mittelmeer etwa eine Meile entfernten Krankenhausschiff verankert. Ich verließ Afrika über Neapel und von dort aus mit dem Krankenzug in Rosenheim, Bayern an, wo ich die folgenden sechs Monate verbrachte.